Co-Fidelity ist eine Schweizerische Apothekenkette, wo die Kunden an erster Stelle stehen. Die Haupttätigkeiten, die ich hier mache, sind Kundenbedienerrezepte, Lager aufräumen und Medikamente verräumen. Ich habe mich für den Beruf entschieden, weil ich ihn wirklich sehr spannend finde. Medikamente haben mich schon immer interessiert und auch der Kundenkontakt gefällt mir wirklich sehr. Der Beruf Pharmaassistentin gibt mir sehr viel, wenn ich mich in diesem Beruf voll und ganz entfalten kann und weil ich den Kunden weiterhelfen kann. Es ist gut zu wissen, dass Galenica ein Teil von uns ist und immer, wenn wir Probleme haben, dass man genau weiss, wo man sich melden muss. Co-Fidelity würde ihn offen, freundlich und organisiert beschreiben. Wenn du dich bewerben möchtest, musst du sicher aufgestellt sein, du musst Freude am Kundenkontakt haben und teamfähig sein. Bei Co-Fidelity erwartet dir ein freundliches, aufgestelltes Team. Du bist in jeder Lebenslage abgesichert und es wird dir sicher Freude machen, hier zu arbeiten. gut so sein, ich bin immer imzellen Team. wenn wir uns kümmern wollen, wirst beherren, wirst du in unseren пойmen, Vielen Dank.